Warte, komm her, komm her, komm her! Break your hot red and shit Nonverbaler Streit Was fühlst du, Mann? Ein bisschen Stress oder was? Hä? Was heißt das hier, Stress? Warte, komm her, komm her, ein bisschen Stress! Verbaler Streit Du hast doch gar keine Ahnung, Alter! So, Goku ist doch viel besser! Sag doch mal, zerstört Sohn Kuchen mit einem Punch! Ey, hat keine Schuld, er ist zu schwach! Sag doch mal, wie viel schneller Sohn Kuchen ist! Keine Ahnung! Nein, Mann, Mann! Er macht Spaß! Er macht Spaß! Er ist echt, Alter! Bro, ich glaub, jetzt zu Hause ist es... Wir sind uns, wir sehen uns, tschau! Ich glaube, er wurde erschossen. Nein, er wurde auf jeden Fall erwürgt. Nein, sein Gesicht sieht nach einem Schockmoment aus. Und das passiert nur, wenn man erschossen wird. Nein, er hatte, glaub ich, bestimmt vor dem Tod ein posttraumatisches Erlebnis. Habt ihr es endlich? Ich will in Ruhe sterben! Fachidiotenstreit Du bist voll der Nachmacher! Nein, du bist voll der Nachmacher! Ich war der Erste mit den roten Schuhen! Du hast sie mir nachgekauft! Wie denn? Meine Schuhe sind doch aus Polen! Sie sind wenigstens rot im Gegensatz zu deinen! Alfred hat auch rote Schuhe! Voll der Nachmacher! Bei Schuhe streiten Jetzt reicht's! Es ist meine Blume! Nö! Auf Whatsapp streiten Oh! Ein Gummibärchen! Danke! Nein! Um Essen streiten Junge, Alter, was cheatest du, Alter? Das gibt's doch nicht, Alter Mann! Geh auf K! Ich geh nicht auf K! Junge, wenn du das auch ein... wenn du das auch einmal machst... Was, wenn ich noch einmal mache? Komm her! Komm her! Hör auf zu cheaten! Niemals! Niemals! Ich hab gewonnen! Soccerstreit! Headshot! Oh! Oh mein Knie! Oh! Ich zeig dich an! Ich hab nur gar nix gemacht! Ich hab den Tatmogang beobachtet! Ich sage als Zeuge aus! Rechtsstreit! Realtalk! Ohne Witz! Aninex! Und solche falschen Menschen! Ich dachte, ich kenne sie besser! Aber die haben mich so tiefst enttäuscht! Mit dieser Aktion! Ich will mit den Leuten nicht mehr zu tun haben! Was denkt ihr? Passt das so? Ja! Ja! Passt! 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 Super! Das ist genau das! Genau das bringt Klicks, Alter! Perfekt, Mann! YouTube Bef! 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 Jo! Habt ihr euch wieder gekannt? Streitet ihr auch entsprechend so? Oder kommt ihr es mir auch nur so vor, dass es wirklich diese Sachen gibt? Schreibt es mal unter den Kommentaren! Und danke nochmal an alle, die jetzt bei diesem Video mitgewirkt haben! Die Aninex, BA, unten in der Videobeschreibung einfach mal abchecken! Oder hier oben beim i! Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Abo! Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder alter, frische Haut rein! Und ciao! Wow! Ja!